Wir laufen jetzt hier gerade in einem Flussbett herum und sind mit dem Hive Levatus Schneeschuhen unterwegs und testen jetzt mal auf Herz und Nieren. Bis jetzt ist beim Aufstieg alles okay, auch ohne die zusätzlichen Alpinenzirken. Abfahrt hat man auch schon probiert. Ja, naja, so la la war das, aber ich glaube, da braucht man ein bisschen Übung dazu. Und jetzt guckt euch mal dieses endokminale Bachbett. Da ist Jessie. Ja, hier ist noch alles ziemlich verhascht, auch von den Skitoolgehern natürlich. Geniales Wetter. Morgens hat es schon wieder regnerisch und schneien ab 1000 Meter. Ja, aber bis jetzt macht es echt Spaß mit dem Hive Levatus. Echt cool. Morgens hat es schon wieder regnet. The fool we may never fix this mistake We'll live to make again Monsters ever failed Hands from the brain Humans are no more Mankind doesn't save Spiders kill the police Run the laws as they please Treats to pay for gore Millipedes bust men to their ends Cricket lords will crush their heads Mankind is no more Moths deliver the milk Hands from the brain Humans are no more Nach ungefähr 10 km und 600 Höhenmetern im Dauerschnee Im Flussbett lang hoch Ich zeige euch das mal schnell Hier in dem Flussbett sind wir jetzt hoch 10 km und 600 Höhenmeter Alles ok Jetzt gehe ich noch Steigeisen testen, weil ich mir neue gekauft habe An Wo ist er da? Diesen da Einer von diesen zwei, ich erkenne es gerade nicht Ja So war alles ganz gut Ich finde sie ok Wenn man sie gut nachziehen kann Aber sie steunen auch ziemlich Also werden sehr schnell schnell Sehr schnell Ähm Schwere Die steunen halt einfach Wer das nicht weiß was das ist Das ist Schnee Das ist Schnee Hier können wir von Wollenhandschen Weil immer ein Stück Schnee dazukommt und so Das nimmt man Stollen Ja und die werden dann halt mal einfach schnell 500 Gramm schwerer Abfahrt steht jetzt noch im Test aus Aber da haben wir jetzt 10 km Zeit zum Testen Aber da haben wir jetzt 10 km Zeit zum Testen Bis gleich Also wie ihr seht Ja Sobald der Schnee besser eingefroren ist geht gar nichts mehr Es ist auf jeden Fall schwieriger Das längste was ich jetzt gekleidet bin von Da hinten raus Waren jetzt bestimmt 3-4 Meter oder so Mehr läuft nicht Entweder ist es eine Steigerung Ich schätze mal wie viel 4% oder so 4% Steigerung Die Schneedecke ist angefroren Da geht gar nichts Ich habe jetzt aber auch keine Stecken mehr Weil das ich mich schieben könnte Vielleicht wird es dann gehen Aber Bis jetzt Da haben wir noch Jetzt gucken wir mal später Weil es ein bisschen verhascht ist Und auch schon Turmgeher unterwegs waren Bis dann Toll finde ich es bis jetzt noch nicht Aufstieg war auch viel Ja und das ist das Bild Wenn man versucht zu scalen Mal gucken was passiert ist Ich weiß nicht was passiert ist Ich weiß nicht was passiert ist Werft mich jetzt Glaube ich das Stück zur Chessine Ich weiß nicht Ich hab jetzt noch ein bisschen Anschluss mit mir die Luft Ich tue mich jetzt ohne Schlechtschuhe Ich bleib ab Gold So Backcountry Aufstieg ist geschafft Jetzt sind wir beim Abstieg Und schon wieder beim Einpacken Von den Hive Nevatus Schneeschuhen Und zwar Ihr seht diesen Weg auf dem wir gerade sind Und da haben sie sich als absolut untauglich erwiesen Vielleicht wenn man das ein, zwei Jahre macht Oder wöchentlich Täglich Dann geht es vielleicht Aber für So Backcountry Wege ist das nicht Vor allem wenn dann halt nur eine Skispur vorhanden ist Beziehungsweise alles getrampelt ist Dann sind sie einfach zu kurz Und haben zu wenig Auftrieb Die Kantenstabilität ist auch nicht gegeben Zum Aufsteigen war es ziemlich cool Also mir hat es gefallen Jessie waren sie zu schwer auf Dauer Es gibt auch leichtere natürlich Die wiegen immerhin eineinhalb Kilo Diese blauen Teile Ja und dann beim Abstieg hat man jetzt drei Kilo mehr im Rucksack Und wenn es dann beim Aufstieg nicht geht Dann hat man drei Kilo mehr am Rucksack Ja muss jeder für sich entscheiden Ich finde es ganz cool Für den Preis Was ich sie auf Ebay erkannt habe Allemal okay Check das Review Da wird der Preis genannt Eigentlich kosten sie 170 Euro Ich habe sie viel 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 günstiger bekommen Von daher ist mir das auch egal Alles wenn ich abfangen kann Auf präparierten Pisten Wo es einigermaßen viel Platz gibt Und die Neigung immer gleichbleibend ist Und keine Löcher im Weg sind Also geht das bestimmt Von mir immer noch einen Daumen hoch Für die Idee Und nächstes Jahr werde ich mal Snowblades ausprobieren Mit Silvaretta 400 Vier Bindung Für steigeisenfeste Schuhe Ich sehe euch Vergesst nicht mich zu abonnieren Jeden Samstag ein neues Video Ich zeige euch das mal schnell Hier habe ich Fussbildschläge zu Tamboy des Lange Ich sch Veine euch das mal Yet hast PLN Und mit Polten Allen Auch wieder Und mit Kopfschättbar Aber das ist schweige Untertitelung des ZDF für funk, 2017